Servus, herzlich willkommen zum neuen Video und ich bin jetzt zurück aus der Pause, eine Woche lol und es hat sich ziemlich viel getan. Ich habe im Urlaub so ein bisschen Zeit gehabt und da habe ich ein bisschen Dinopark gespielt und wir erinnern uns mal, wie es davor war. Jetzt haben wir so ein paar mehr Dinos. Ja, ich habe hier so ein Taco-Ding, Teigtaschenmacher und dann habe ich hier noch einen Hotdog-Typen. Dann habe ich so ein paar Dinos, also das ist circa immer so die erste und die zweite, die sehen cool aus und die dritte, die sind dann missgestalten. Nicht 150, sondern drei, aber okay. Hier habe ich auch noch so zwei Dinos, die habe ich noch nicht erforscht, die anderen habe ich alle erforscht. Ich habe hier so ein Lexikon und da sind alle Dinos drin, die ich habe. Ja, aber wir könnten die gleich mal zusammenbauen. Boom. Und es ist, es ist, es ist, es ist ein Elefant. Wir sehen das jetzt ja nicht, weil das muss jetzt erst gebaut werden. Aber ich habe 41 Diamanten, also könnte ich das vielleicht ein bisschen beschleunigen. Und dann haben wir den hier auch noch und das wird eingebaut und das sieht aus wie ein Säbelzahntiger. Also das wird glaube ich ziemlich sicher ein Säbelzahntiger. 24 würde das kosten und das kostet 12. Also das mit den 12 könnte ich bestimmt einmal kurz machen. Dann habe ich hier auch noch so Typen und die fahren so weg und dann bringen die mir Sachen. Aber, oh, danke. Und das bringt jetzt aber nichts, weil die bringen mir meistens auch Geld und mein Geldlager ist oben gerade voll. Mir kommt gerade vor, ich rede ein bisschen schnell. Äh, ja. Ich habe einfach zu viel zu sagen. Äh, aber ich würde sagen, wir gehen einmal ausgraben. Yay. Und dann haben wir auch weniger Geld und bin noch einmal bei den Säbelzahntigern und so. Ähm, ausgraben. Und das, vielleicht seht ihr auch hier so das Dynamit, das hier. Ähm, das kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir zum Beispiel diesen Block hier entfernen. Dann kann ich das Dynamit hier in die Mitte reinsetzen und dann mach das Puff. Und dann sind da, also die außenliegenden Blöcke sind dann weg. Toll, oder? Haha. Alle mal Applaus-Emojis in die Kommentare, was? Ach, aber okay. Ähm. Okay, zwei Knochen sind fertig. Und, oh mein Gott, was war das gerade bitte für eine krasse Geldmünze. Haben wir, dann haben wir noch zwei Spitzhacken und... Ah, da ist eine Spitzhacke drunter. Danke. Ja. Den dessen Knochen haben wir leider dann nicht mehr. Ah. Soll ich einen Diamanten investieren? Nein, danke. Okay. Ähm. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück zum Park. Ja, ich muss schon sagen, ich liebe meine Idee einfach. Vor allem die großen Speicherplatz. Wenn ich ein Video aufnehme, das ist so alles speichert und so. Und nicht nur die Hälfte. Danke dafür. Ähm. Ach. Ey, ist so schlimm. Hm. Aber okay. Ich habe in der Zeit, in der es nicht aufgenommen hat, habe ich hier zwei neue Dinosaurier entdeckt. Also ich weiß nicht, ob ich den bei euch schon gelevelt habe. Ich glaube nicht. Und ähm. Dann habe ich noch den und den Dinosaurier gekriegt. Und schaut euch mal diesen Schatten an. Man sieht immer nur den Schatten, aber den ganz am Ende, den letzten Schatten. Ich finde, der sieht ultra krass aus. Ähm. Bei dem, naja, irgendwie eher so ein bisschen verstörend, aber egal. Aber okay. Wir haben auch, wartet mal, wenn wir jetzt zu meinen fahren, haben wir jetzt hier oben rechts, ähm, so eine kleine Höhle freigeschaltet. Da können wir ein bisschen buddeln. Ähm. So. Okay. Äh. Das kommen jetzt, äh, bessere und neuere Knochen und so raus. Ähm. Ja. Ich habe einen von drei gefunden. Das ist doch wieder richtig belohnend. Ähm. Aber okay. Hier sehe ich gleich zwei Knochen. Das ist doch gleich ultra nice. So. Eins, zwei. Zwei von zwei Knochen. Das ist doch immer toll. Ähm. Oder halt. Das sind nicht nur Knochen, sondern das sind überhaupt Gegenstände. Also man kann auch, wartet mal, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Man kann auch, ähm, wo ihr weiß, hier nicht, ähm, hier drin, sieht man die ganzen Gegenstände, die ich freigeschaltet habe. Wenn man eine, eine Reihe komplett hat, da fällt mir jetzt zum Beispiel in der dritten Reihe, zweiten und ersten, da fällt mir immer noch ein Stück und, äh, dann kriege ich so ein paar Diamanten und mehr, ähm, Glück. Das Sparschwein setzt alle Expeditionen gefundenen kaputten Edelsteine wieder zusammen. Zerschlage es, um sie zu erhalten. Finde es im Shop. Mhm. Aber okay. Ähm. Und hier gibt's jetzt zum Beispiel so, da gibt's auf jeden Fall so, ähm, äh, unerwartetes Ereignis, äh, so ein unerwartetes Ereignis. Ein Desaurier läuft frei herum. Bringe ihn wieder in sein Gehege. Da kriegen wir dann 8500 dafür und wir können jetzt den Dinosaurier suchen. Und der versteckt sich ziemlich offensichtlich. Hier hinten ist er und dann kriegen wir 8500. Damit könnten wir nochmal ein bisschen buddeln. Und, ähm, was ich euch auch nicht gesagt hab, ähm, ich glaub ich hab euch das noch nicht gezeigt. Ähm, hier gibt's so Kampfarenen. Hier könnte man zum Beispiel online kämpfen. Die sind immer nicht so gut, aber ich hab vorhin trotzdem verloren. Uff, weil ich einmal scheiße bin. Ähm, hier seht ihr zwei so Schwerter. Und die heißen, wie oft der angreifen kann. Es gibt hier so Kreise, wartet mal, ich kann euch das vielleicht mal zeigen. Wir gucken mit zwei so unserer Kacketypen. Und wir nehmen mal den hier und den hier. Der sind zwar jetzt beide nicht so gut. Der untere kann zwar zweimal angreifen, aber der obere nur einmal. Also, und sie haben nicht so viel Leben. Also, die sind sowieso gleich down. Aber wir können da jetzt einfach mal probieren zu kämpfen. Ähm, wir haben hier so einen Kreis. Und können da drauf tippen. Und dann können wir hier dem Gegner Schaden machen. Der Gegner ist kacke und hat nichts getroffen. Und wir schon. Ey, wenn wir das gewinnen, Alter. Ich fress ein Besen. Ähm, aber okay. Hier, ähm, ich mach erstmal den Sound ein bisschen leiser. Aber normalerweise... Ah, danke Rayfox. Normalerweise kann ich hier gar nicht gewinnen. Weil, also... Ist halt echt so... Die sind echt kacke. Aber... Ja. Bäh. Ich weine. Ja, eigentlich hab ich bessere Dinos. Du Arsch. Äh, du netter Mensch. Ähm. Okay. Der kann jetzt bloß einmal angreifen. Macht dafür aber nicht mehr Schaden. Toll. Ähm. Zwölf Schaden. Ganze zwölf. Schauen wir mal. Kriegen wir den ersten noch down? Das wär doch... Ne, kriegen wir nicht. Also, außer er verkackt jetzt. Nein. Wir sind tot. Also, das ist... Also, ich hab halt nur kackt Dinos jetzt gehabt. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber okay. Ähm. So, wir haben jetzt 100 gekriegt. Ich bin auch abgestiegen. Das ist doch super toll. Ich hab jetzt so Dinge verloren. Ähm. Aber hier kann man auch kämpfen. Die sind aber ziemlich schwer. Wir können hier mal kurz reinschauen. Da kriegt man auch 2000 als Belohnung. Ähm. Wir haben zum Beispiel hier solche Gegner. Die sehen schon mal ziemlich, äh, ein bisschen krasse aus. Ähm. Vielleicht können wir später nochmal kämpfen. Aber... Okay. Wir haben jetzt hier 9000 gekriegt. Und... Dabei würde ich sagen, fahren wir nochmal auf große Buddel-Aktionen. Aber ich schau zuvor nochmal, was für Dinos ich brauch... Hm. Ähm. Ähm. Den hier könnte ich vielleicht noch... Wenn ich den hab, dann kann ich den auf Stufe 3 bringen. Den pinken hier. Dann schau ich mal. Wie sieht der aus? Das ist schon der, oder? Nein, der ist es nicht. Ähm. Ist es der hier? Ich glaub schon, oder? Ui, wie Raptor. Also der Oliven-Typ hier, oder? Na. Gallyminus. Gallyminus ist es. Und den suchen wir mal kurz. Der sieht aus. Ist der hier? Ja. Der Gallyminus, der hat so einen Kopf. Den müssen wir jetzt nämlich hier suchen. Wartet mal. Ähm. Und vorhin, als ich... Der hier ist es, oder? Ja. Als ich so ein paar Sachen gelöscht hab, habe ich auch meinen, äh... den Stoff für mein Urlaubsvideo gelöscht. Könnt ihr übrigens auch mal ein bisschen reinschauen. Ähm. Da hab ich mir ziemlich viel Arbeit gegeben. Und, äh... In der Pause, die ich gemacht hab, da hab ich so ein großes Video gedreht. Hab ich ziemlich lang dran geschnitten. Ähm. Könnt ihr mal abchecken. Äh... Ist das vorletzte Video auf meinem Kanal, oder so? Aber okay. Ähm. Hier ist noch ein Knochen drunter. Seh ich. Aber... Nein. Ist nicht der Richtige. Und der hier ist... Natürlich auch nicht der Richtige. Dann sprengen wir noch einmal kurz. Puff. Und, äh... Ja. Ist sogar der Richtige dabei. Können wir noch einmal weitergraben. Und... Wir haben... zwei so dicke Knochen. Okay. Hier könnte vielleicht einer drunter sein. Nein. Aber der Vorteil ist, der ist jetzt so lang, der Knochen. Der kann nur unter so einem Zweier sein. Ja. Hier ist er drunter. Das seh ich so. Wenn ich schon den einen... Äh... Weggrabe. So. Gut. Einmal graben wir noch weiter. Okay. Das hier. Und... Das hier noch. Dann... So. 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 Ein Teil brauchen wir noch für den Kopf. Das ist bitte hier drunter. Und es ist natürlich... Nicht drunter. Das ist doch toll. Ähm. Wir haben gar nichts gefunden. Das mag ich natürlich. Ähm. Aber okay. Wie weit können wir den jetzt zusammenbauen? Wir haben schon mal ein paar Rippchen. Ein paar Rippchen. Lecker, lecker. Haben wir. Ähm. Den Kopf. Haben wir auch. Und dann brauchen wir noch so ein paar kleine Knochen. Und... Das Mittelding. Aber... Ich würde das Video jetzt auch schon beenden. Ähm. Und... So wie gesagt. Das war's mit dem Video. Liken und abonnieren. Nicht vergessen. Und somit... Ciao. 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 Dior. Bis zum nächsten Mal.